ARD Text im Auftrag von Funk Was, du hast mich so oft eingeladen, du hast mich einmal eingeladen Nein, dreimal Wirklich? Ja, dreimal Ja, weil das nur noch einmal angezeigt wird, wenn du jetzt nicht weglegst Ja, ich war gerade eben unten Ja, aber du warst danach nicht mehr abwesend Dann hättest du schreiben können Das hätte er Ja Ich bin gerade eben erst wieder gekommen Ich hab den Pascal zuerst geschrieben und schon Dann hättest du das erwarten können Oh, sorry, wenn das auch mal war Mein Gott, ich renne ja schon aus und rum Um ein paar Kids zu snacken, jetzt komm ich zu spät Ich hab mich selber geflasht Ich weiß nicht Ich bin Ich hab keinen Schuss mehr Ich muss diese Bekabel da endlich mal zu Ende machen Ich hab einfach keinen Schuss mehr Ey, warte, welches denn kannst du Good job, Tim Ja, diese Augen, Nase, Mund und Scheiße Solltest du schon lange haben Ich bin Ich hab's komischerweise als letztes Mal bekommen Also ich hab's doch keinen Bock gleich noch zu Ende um um zu lernen Diesmal wäre ich keine Granate Toll, Tim, toll Ich bin stolz auf dich Warum nicht, Tim? Weil ich find so ne Sperre ist eigentlich schon recht edel Ja Damit kennt sich Alex natürlich auch aus Willst du meinen Blasen dennis? Okay, komm her Ja, wenn du die Ansage machst, oder? Nee, 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 du machst die Ansage, wenn du das auch Nee, 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 nee Okay Ich hab mir dann das Display selber nochmal angeschaut Und dann musste ich über mich selbst drachen Das ist vielleicht ein gutes Zeichen Die Stimme Die Stimme Von sich selbst hört sich immer kacke an Nee, ich weiß inzwischen, wie sie sich haben, aber ich hab mich damit abgefunden Scheiße, die kommen alle B Ja, auch echt Die kommen B Ja, ich komm von den B Gut Good Job Ange Boah, ey, mit der Sniper, ey Boah, der Fernseher war noch an Was sind das für Untermenschen? Aber echt Denn ist das zu schön wieder Leben verloren im Endeffekt Ja, ja, Team Damage Er hat der Cavessor sich selbst fotografiert und dann als Bild genommen Während der grinst Die damals ermassen Danke Der macht's innovativ, sagst du Lol Lol, schillt mal ne Runde Ist der Nice Lol, der hat mich gekillt, der Cavessor Alter Ey, Leute Ich hab den grad so geschaut Du hast den ja grad gekillt vor dir Oh Können wir Carse vor nächste Runde zusammen killen Oder zumindest unddamageen Oh, ich schieß drauf, ich schieß drauf Wir verfolgt den einfach und dann killen wir den so halt Kannst's machen Ey, was ist denn Da war Kuh trug's Ja, Ficker, hab ich jetzt nen Dev? Ok, da wird sowas von angegibt, der Kollege Auch wenn der Story geschrieben hat, sein Tech Ja Warte, chill, nicht am Swanner kriegst du mehr Schaden Alle auf ihn gucken Mal folg dir Bis er zur Tür ist Warte, chill Er will Fickse Das ist die Rache Niemand killt den Alex Tim, du bist auch noch Tim, mach kein Quatsch Komm, diesmal kommt keiner B Oder auch einer kommt B Das ist echt böse, der absolut wertloser Mensch Ich bin kein absolut wertloser Mensch Ach, wertloser hat er sogar geschrieben Ich wertlos Oh, du Dreck Erstmal töten Wenn ich ihn gleich so Alter, der beste Diss, den ich je gesehen habe Du bist so eine Sissy Bin üblich Sissy Bist du Dreck, ey Das ist bestimmt so irgend so ein Österreicher Ich bin wertloser Dreck und ne Sissy Ja Mit dem läuft Die sind alle B I don't know what to do Da war einer Boah, kein Ding Das ist doch nicht Wo ist der andere, wo ist der andere Ich finde ihn nicht mehr Ne, der ist tot Oh Die Mistgeburt Nochmal anschießen Ja Dann rage der Der kassiert Okay, jetzt kriegt der andere Oh ja Jetzt kriegt der andere Tim, du musst mitmachen Go, 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 go Nee Äh 54 nur noch Ah, verfolg dich Ja, verfolg mich Du hast eine Mistgeburt Ich hab doch Run Probleme Die sind alle wieder bei B Tim, du bist scheiße, ich hasst dich Danke Der macht nie mit Wo ist der? Wo ist der? Uschi, kommt die Schüsse her What? Da war ein Sniper Ey, warte Ich hab ein Assist bekommen Stimmt Wir können Das war krass, Alter Dieser KW-Sor, der ist so scheiße Wow Wie hat er denn das gemacht? Wie hat er denn das gemacht? Bam Hilda, ich muss gar nichts machen Ja, ich muss den mal killen Aber echt? Das einzige was du machen musst du, sonst hast du wie dich Sonst gehörst du einfach nicht zu Wasser mit Geschmack? Hätte Dann kannst du deinen klaren Tags sofort hacken machen Ich weiß gar nicht, wenn ihr meint Kase, woher Die sind einfach anders Was? Käse? Käse? Das ist mein Leben, ne? Hier, mich hast du dich Du darfst mal Tim killen Ups Oh, ich hab wir Aua Das ist vielleicht doch so welche Netten Menschen Easy, easy, wehre squeezy Ey, der schießt mich an Was soll ich schon essen? Oh, das Ich hab verfehlt, tut mir leid Hier ist mich schon bei der eigenen T-Mate an Hilfe, 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 Hilfe Oh, wir haben aufger Ich spiele gerade ein bisschen mit dem Nice Im Kreis renn Alter, können wir aufhören Das nervt Hab das geschafft, das kann ich nicht Alter, wer tat Erstmal gemutet Wie geht das? Äh, X und dann Das W rum X und dann was? Nein, nein Auf, äh, umschalten Oder auch auf den Namen gehen Und Hast du muten? Alex wird auch noch gemutet Der war meint Ich mach gar nichts mehr Ja, ich hör's auch nicht mehr Ja, ich hör's auch nicht mehr Ja, der Good Stuff Ich hör's auch, weil ich hatte schon mal sieben Tage später und kein Problem Aber Mano, man hört's trotzdem, wenn es jemand macht Aha Also ist muten komplett unnötig Good Stuff Was hat er mich erschreckt? All right, all right All right, all right All right Das ist heißer Typ Achso Re-Mage wuchteln Kick Voting starten Er hat ZwinkerSmiley gemacht Dafür hat mich Chris auch ins Team gebannt Was? Er hat ein ZwinkerSmiley gemacht Pfff Ja, der war meint so viel mehr Das kannst du nicht kippen Boah Der Kerl War der Gen-Bock mal auf die Bombe? Oh Wenn man schon davon spricht Schon nah dazu der Druck steigt Da war das der oben, oder? Hinter dir Was? 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 Oh, der hat die Bombe gesnackt Oh, doch nicht Nee Hat ich 25 Sekunden lahm Der oben war da, oder? Hä? Der wurde gekickt Ah Oh, da geht's auch Wer ist der Schwule, der macht das ZwinkerSmiley Ich bin doch so dumm Soll ich den scheiß Schalter im Verwecken? Ah, so ist es Was? Hickel Roger Boah, Alter, erschreckt mich nicht so Okay, tut mir leid Alles deine Schuld, Dennis Ja, kann ich verstehen Warum schon wieder? Ach Ich bin schon Ich bin echt Oh, Mann, oh Fernseher aus Ja, Dude Dude Wo ist der? Dude Roger Gangstership Oh, Gott, der nimmt den nicht grad 20 Aha, oh, Gott Ja, Tim glaubt meine Taktik den Schalli wegzumachen Denn da lebt noch einer und der wird dich zu 100% killen Oh, der war mal Nee, der schafft er nicht mehr Good Job, Tim Ich bin der Wichse Kauft Ey, du bist so ein Fass, du Ach, ich bin so lecker Ach Okay, kann ich sie Tross Nein, konzip mich nicht Dann kannst du vielleicht mal chillen oder so Nice Wie wärs, wenn du mal endlich den Mumm lernen gehst? Glaub ich doch schon Ähm Dann sag mir alles, was du weißt über Mumm Soll ich darüber wissen? Das andere Team stimmt überhaupt aufzugeben Nein, nicht aufgeben Ist halt langweilig, nur weil ihr nix könnt Scheint, dass man da nicht mitstreben kann Ach Leute, ich will auch ein paar Kills haben Da sind noch zwei Menschen Mit dem hol ich mich schon ein Oh, so piece of kick So was Kick dich, Bust, Jess Alter Geläumt, Babys Der Kanade kam zurück Ich will noch einen von den killen Ich provoziere einen von denen so übel Dass der gekickt wird, okay, Leute? Okay Dennis, komm, wir verfolgen Den Carverwassort Die ganze Zeit easy piece Ich kann nicht mehr so viel Damage machen, glaube ich Ja, nein, könnte der Mensch einfach provozieren Das hätte ich kill dir als davor stellen So, das hat halt auch geklappt Das blockt den die ganze Zeit und so Direkt übel auch Ja, halt alle auf einer Seite Ja, einfach davor stellen, wo er hinschaut Hä? Die Felder, die können uns doch nicht mal killen Das ist einfach zu schlecht Alter, wie ist zum Fick, ist das möglich? Oh Meins Ja, schläng weins Ich glaube, ich hab den gefehlt mit meiner Wenigstens bin ich kein Schlängwiener Da ist er Seinmal ruhig, du Schlawiner Thank you So bad Lohn Moment, 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 Moment Nicht plucken Eek Hinter dir Alter Alter, einfach keine Schlaufe Du bist so scheiße, Alter Oh, der hat dich schon wieder gekillt Hä, der darf nicht mehr einen Kill machen Mehr einen Okay Stellt euch alle vor ihm Ja, ich so Wenn der schießt Alter, er hat mich jetzt schon zweimal gekillt Langsam bringt's auf Wo ist der Kälte? Da Alle vor ihn stehen Knüpp Komm, komm Ich kill mich, komm Hallo Biffi 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 Okay, ich darf kein Team Damage mehr machen Das werde ich gekickt Biffi 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 Ey, der hat sich umgedreht Biffi 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 Ich hab die geblockt, als Nein, Luni Biffi 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 Drei Assists gerade bekommen Drei Assists gerade bekommen Drei Assists gerade bekommen Wie hast du denn Assists bekommen? Ich weiss es nicht Der will mich nicht killen Wo ganz anders Er will mich nicht killen Der Kollege Kick Swords Was So ein neues Das ist ein schnelles Rindchen Das kann ich nur lernen Der hat mich angegriffen Der will mich nicht angegriffen Wo ist er denn hin? Jetzt ist der Andere da Der mich verlor was Der andere Der darf noch machen ohne Ende Ne darf er auch nicht mehr Der hat auch ziemlich hinter mich gemacht ja aber kein klicken noch nicht hier schon zweimal gekillt bei dem ist es richtig schafft es nicht auch ich muss es nicht einfach zu schlecht als oft dass du nicht gekriegt wirst denn ist ich habe kein team der mensch gemacht mache ich es auch nicht mehr für stelle mit die usp kann ich noch ein bisschen denn ich vor den dann immer ziel nicht ich habe mich wieder angeschossen ich darf den machen das ist unfair ich weiß ich werde schon noch eingekillt in der brand kanal ja er endlich eine vp so geil die zu flaschen da rein zu rennen und ich finde es ist so geil immer fallen zu drauf ein kauft alle eine band kann schon werft es auf die kollegen das ist eine idee ich werde so lange den anderen ich werde so lange den anderen ich habe mich selber voll geflasht ich habe mich selber voll geflasht jetzt habe ich mich allein geholt mann komischerweise konnte ich doch gerade irgendwie durch mich durchschießen einfach mal ich will doch beim weg spielen steh nicht im weg du sprach ey keiner macht mit so viele flashbangs ich freue mich das ist voll schlecht jetzt ich werde mich immer UND nicht geflasht habe ich anscheinend nicht ACH KOMM SCHON nur zwei hits er habe mich schon wieder angeschossen er hat mich schon wieder angeschossen und er wird nicht gekickt also wie unfair man kann jede runde immer noch einmal anschließen wir dürfen keine runde gewinnen dürfen sie halt echt nicht ich werde immer schlechter weil ich nie wieder kürze ich will mir nur das ich werde mich kill ich habe fast eine dinggranate geworfen wenn das passiert werde ich gekickt was sieben tage schwöre ich wieso schon sieben tage ich finde schon ein ding hast vier fläscher das ist einfach mein schade du hast ach komm schon ich konnte sich wieder zwei stück snacken Warum ist der Fan im Verhältnismäßig so gut? Ja genau, der will einfach nicht sterben, was soll das? Los Tim, los Tim, los Tim! Halt's Maul! Das schaffst du, das schaffst du! Oh nein, das schaffst du nicht! Aua! Boah! Ihr seid so schlecht Leute, ohne Witz! Recht zu Dennis! Hätten wir zu Null gewinnen sollen! Da freuen sie sich schon! Loodle! Okay, jetzt habe ich wieder Chancen Erster zu werden! Ich hätte schon lange Erster bleiben können, Loodle werden, aber da halt! Ich wusste ja, du Scheiße, warum? Ich stelle mich wieder an seinen Weg! Komm, wir stürmen alle! Einfach rein! Ich weiß nicht, ich will den anschließen, aber wenn ich dann eine Tagessperre bekomme, dann werde ich sehr, sehr gut helfen! chỗ ist unser Ding! Ab in den Ohr. A Da der Steffern habe ich noch geschnitten! Ab in den Ohr! doses Prag ers�를 hast. hochkmit. Thank you, my friend. Yes, my friends, he is. Thank you, my friend. Ach, wie immer, das Phenom. Victory is ours. Gleich. With much thanks. The world is ours. Man, der Pre-Mate macht immer neuen. Yes, my friends, he is. Ah, Lex, du bist so schlecht. Warum? Das schreibt man nur mit einem S. Nee. Doch. 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 Nee, bei mir im Kettro nicht. Scheiße! Stand einfach hier, wenn's in der Fall. Boah, 15 HP nur noch. Shit! Okay... Nej, nö... Alter, das ist doch kein Bock mehr... Der Typ hat sich vor mich gestellt, damit ich diesen scheiß Clean nicht krieg Deswegen... bin ich jetzt komplett... Okay... Lass nochmal direkt vor den Stellen, Cupjur... ein bisschen mehr äh ok Hilft mir! Ich hab die CSGO Waffengiste schon drei Mal. Ja, die ist ohne dich. Also, tschüss Leute. Noch ein AUG-Skin.